Okay, nach dem Fail beim Würfelpoker gestern, werden wir uns jetzt noch mal hier um Irish kümmern, wo wir jetzt gerade schon mal hier oben sind. Aber es ist nicht mehr ganz so dunkel wie gestern, habe ich das Gefühl. Oder täuscht das jetzt? Da stand da schon, der Säufer. Hat er so noch alle? Oh, oh, John kriegt wieder sein, äh... Der Gesichtsausdruck ist geil. Das ist ärgerlich, das stimmt. Und wo kriegen wir die Ersatzteile, ja? Oh, hii... Na ja, wir müssen leider warten. Oh, ein besoffener. Ja, komm, mach keinen Stress hier. Können wir heute nicht gebrauchen. Das ist die Frage. Kann ich helfen? Ja, ich bin mein Britten-Fan-Workin-Oder. Ha, 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 ha. Muuuuh-ho-ho-ho-ho. Oh, nichts ist fair. Was hat er denn für mich gargert hier? Nix hat er gemacht. Busch-wacken, defenselesse Damen der Kloch? Du hast wohl auf sauer Milch gebraucht, Irish. Was sagst du? Ich bin ein guter Katholiker. Du bist ein katholischer Kau. Na gut, er ist ja Ihre, da kann was hinkommen. Hey, ich bin ein Hypokrit, Verstund. Du hast so viele innozende Leute als ich verholt. Ich versuchte nur, die, die mehr haben, als sie verdienen. Christ, die Kirche hat mehr Geld als niemand. Ja, aber ich kann ja schon die Kirche bestellen, oder? Woher wir gehen, Irish? Just in der Warehouse hier in Thieves Landing. Ich erzähle dir, Johnny Boy, es ist alles setzend. Wir treffen uns in diesem Palat von mir an der Rückseite des Office. Hobble-Tong-Filler, bei dem Namen of Shaky. Und er hat die Ambulation, die wir brauchen. Will ich doch hoffen. Ich weiß nicht, was du? Ich weiß, was die Gäste von vorne, hinten, hinten und hinten. Du wirst wirklich familiar mit mir sein, wenn Dinge weitergehen. Das ist es. Komm schon, Smiler. Das ist es. Komm schon, Smiler. Smiler. Also bestimmt wieder irgendeinen Haken bei der Aktion, oder? Dammit! Der Stotter und Bastard sagte, das würde oft sein. Komm schon, wir sehen, ob wir in die Rückseite kommen können. Ich beginne, meine Patientin zu verlieren. Hm, die fahre ich auch so langsam. Aber wir haben uns nur noch unser Lasso. Aber wie gerade er gehen kann, er ist wahrscheinlich schon ein Gewohnheitstrinker. Ich kann gar nicht schlafen diese Tage, ohne dich da zu fangen. Das ist deine letzte Chance, du gut für nichts, scheiße. Du hast schon zu viel Zeit verholt. Da geht's auch nicht rum, müssen wir jetzt tatsächlich einmal ganz außen rum gehen. Bock am Eirich, jetzt hau rein hier. Wir können ja wohl nicht angehen. All right, we should be able to get in here. Stick with me and keep quiet. Dann wird sowieso nicht funktionieren. Shaky's made the arrangements. Und hier... Na ja, ich würd sagen, er wird gerade vorbereitet. Aber nicht für den Deal. Shaky's only gone and got himself found out. Hehehe, all right. Now all we have to do is find out who you work with. You hear me? Shaky? You wretched fucking son of a whore. Suck! Ma! Again! Oh, der hat gesessen. Ich würd sagen, wir werden das Verhältnis dann mal auflösen. You sneak in and get poor Shaky loose. I'll go get the wagon. Good luck, Marston. He's a good man, that Shaky. Again! Na ja, er war ein guter Mann, will's wohl eher sagen. All right, work your usual magic. Let's go get the wagon ready. Ja, äh... Ach nee. Jetzt kommen wir hier noch nicht mehr rein. Klettere die... Leitern hoch. Hallo? Hallo? Ach, die Leitern! Ja. Muss ich jetzt, glaub ich, nichts mehr zu sagen, oder? So, einmal da hoch. Nee, ducken bitte. Oh, die Hohen müssen doch noch scheiße gehen. Oh, oh. So. So. Wie geil ist das denn, da schwebt noch dein vom Kopf? Oh, ich glaub aber, der geht schneller als, äh... Schneller als ihm lieb ist. Jetzt fängt er schon so an zu stottern. Let's head for the door! Follow me! Wie auf einem Schießstand? Ey! Alter, haben wir gefressen! Die jetzt aber auch! Okay, malhäh... ... nachladen... ... nachladen... ... da haben wir noch einen... ... da haben wir noch einen... ... nach... ... na... ... L-l-l-le-let, let's get out of here, while... ... we... ... got the chance! Halt dich für einen Plan! Halt dich, du öffn die Tür! Ich, äh, ich... ... ich... Das Tor! Ich wär noch glatt gerade ausgelaufen! Hallo? Okay. Na! Meiner Herren! Hallo lad doch mal! Mal wieder Dead Eye Action! So... Nee, kannst du wegpacken, hoffe ich mal. So, ist das jetzt die Munition? Ja! Jetzt sind wir... ...Half-even, Shaky! Du brauchst mich für die Morphine-Pillen, um deine Nervs zu kümmern! Sh-sh-sh-sh-sh-sh-shaky! Du bekommst deine Haft! Und mehr, du... ...dirty f-f-f-f-fucking-sneke! Meine Güte! ...sind environmentally zu kümmern, mein Essk activation! Pub- womb-bomb-bomb-Babel Beleza besprechen! P- coin-bomb-babel Maria !! C'mon Racine naTe! Ach, das ist noch nicht vorbei. Haben wir noch, die haben noch. Ich verrä dit nun LaForE hier lase ich mich so schnell nich her mehr blicken! Jeder muss gegenste Gewinne средne Well�ne feiern und wirklich Ach, kann ja auch zur Not. Da war der da drauf. Ja, das sieht nach Munition aus. Oh nein! Das war mir klar gewesen. Die waren hinter uns, überträglich. Halt sie weg, Johnny. Ich werde dich zurück nach McFarlins. Ich glaube, der darf nicht runterfallen. Oh, das ist aber heller. Ich glaube, das ist aber heller. Mein Herz ist wie eine blöde Drogen. Geh, Irisch. Geh, wie eine Schuhrerin. Ich sage dir, Irisch. Die Maschinengun hat besser nach all das. Ich muss mich nicht auf dem Rad haben. Eihiliger Binbarn wäre es geflogen. Ich glaube, ich habe mein Phil von Liars in diesem Leben, Parker. Oh, da werden wieder so viele. Gucken wir mal so. Oh, da hinten kommt noch was. Haben wir noch was? Du willst nicht das machen, mein Freund! Will ich doch mal meinen? Ah, der geht doch wahrscheinlich gerade Kreide rollen, wie damals in der Schule, ne? Kennen wir doch. Wenn der überhaupt auf einer Schule war. Oh Generalist, stimmt, wir haben ja noch die Puma-Sachen dabei. Die können wir jetzt mal gucken, was wir dafür kriegen, wenn wir die verkaufen. Dürfte doch noch mal ein bisschen was Bares abspringen für uns. Vielleicht in die falsche Richtung. Wir müssen hier hin, General's Store. So, mach mir ein gutes Angebot. Das ist natürlich sauer. Kaufen? Nein, verkaufen. Puma-Pelz, 8 Dollar. Willst du mich eigentlich verarschen? Bockewei, 8 Dollar. Puma, klar, aber gut, 12 Dollar. Die bringt ein bisschen was. Das ist doch ein Scherz. Mal hier irgendwas. Ne. Oh, schon wieder eine neue Waffe, mein Büchsenmacher verfügbar. Ne, aber nicht jetzt. Jetzt gehen wir noch eben speichern. Und dann war's das auch schon wieder mit der Action für heute. Aber um 19 Uhr gibt's mehr Action, weil dann kommt wieder eine neue Folge von Army of Two. Also. Haut rein! Haut rein! Wenn wir es nach oben hier and einen ganzen Jahr assurei mal wieder zu machen. Und dann, wenn ich dann qu키- nichts weiter alleine. Also, natürlich sind wir das mal wieder direkt zum Hulen. Also, dass wir da oben haben midnight oder Multistuch wirklich sind. Und dann geht's mir38 orient.